Guten Tag, mein Name ist Lothar Hempel. Ich bin von Beruf Jurist und arbeite seit rund 20 Jahren bei der Handwerkskammer Konstanz in diversen Rechtsgebieten. Seit 2007 berate ich unsere Mitgliedsbetriebe im Export mit Schwerpunkt Arbeiten in der Schweiz. Dabei geht es um zollrechtliche Fragestellungen, aber auch umsatzsteuerrechtliche und vor allem arbeitsrechtliche Fragestellungen, nämlich die Mindestlohnberechnung. Sie bekommen von mir aber auch Grundlagen zum Thema Arbeiten in Österreich oder Arbeiten in Frankreich. Mein zweiter Beratungsschwerpunkt ist das Wettbewerbsrecht. Es geht dabei um fairen Wettbewerb innerhalb des Handwerks, aber auch um Angriffe von anderen Wettbewerbern von außen, zum Beispiel auf die Mitgliedsbetriebe im Rahmen von Abofall. Seit der Novelle des Datenschutzrechts 2018 steht der betriebliche Datenschutz im Fokus. Hier berate ich Sie und Ihren Betrieb zur Datenschutzgrundverordnung rund um alle Fragen rund um dieses Thema.